So, hallo Leute, ich habe hier eine ziemlich rassistische Gruppe gefunden, da wurde ich letztens hinzugefügt und ich wollte es euch einfach mal zeigen, was die da geschrieben haben, das ist eigentlich echt nicht okay. Die sind hier sehr rassistisch gegenüber anderen Leuten geworden und hier haben sie so Memes, Softpack-Zeug reingeschickt, so mit Nazi-Zeug, das ist einfach nicht okay. Hier zum Beispiel gab es Zeug wie, weil deins Rasse doof ist, also die haben schon echt eine nicht so gute Rechtschreibung, merkt man, Nazi, ihr Juden, ganz bestimmt nicht du Hund, warum so rassistisch und die haben halt eine Person in der Gruppe gemobbt, weil die halt an ihren Augen ein Ausländer ist und halt nicht aus ihrem Land kommt. Am Ende hat er Florian die beide entfernt und das ist auch besser so und dann später auch mich und ja, ich wollte nur sagen, wenn ihr solche Leute seht, dann distanziert euch einfach von denen und versucht, nichts mit denen zu tun zu haben. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Tschüss!